Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren ja jetzt eine etwas längere Zeit nicht aktiv auf unserem YouTube-Channel. So zwei, drei Wochen muss das her sein. Und ich will euch kurz auf den neuesten Stand bringen, was in der Zwischenzeit so passiert ist. Wir hatten einiges zu tun. Unter anderem haben wir eine Woche lang zusammen mit der Cappella Sagittarianer aus Dresden unter Leitung von Norbert Schuster ein altes Musikprogramm erarbeitet, was wir dann im Hof des Residenzschlosses in Dresden aufgeführt haben. Und es wurde immer wieder bereichert durch kleinere Ansprachen bzw. Texte von dem berühmten Theologen Friedrich Schorlemmer. Das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und wir haben es sogar geschafft, Herrn Schorlemmer am Ende noch einen kleinen Kommentar abzuringen. Das schneide ich euch dann ans Ende der Zusammenfassung. Und wir sehen uns gleich nochmal. Bis dahin. Ciao. Und wir sehen uns gleich wieder. 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 Das war ein gemeinsames Erlebnis dieser Abend. Sie sprachen viel von der Würde des Menschen. Würde und Wert. Und zwar ein Wert, der sich nicht in Geld ausdrücken lässt. Oh ja, absolut. Können Sie sich vorstellen... Das ist unbezahlbar. So ein Konzert mit Ihnen ist unbezahlbar. Auch für Sie jetzt, der Sie als Aktiver sozusagen trotzdem dabei sind. Ja, der kann ganz dabei sein. Und vor allem der letzte Psalm, der begegnet mir schon über 40 Jahre. Und das ist aber so lebendig, wie ich das noch nie gehört habe, finde ich, auch ohne Sie, finde ich, sagen wir mal, der 26 ist das, ne? Ich finde es schon schön, aber wie Sie das heute gemacht haben, das war richtig berührend. Dankeschön. Eine Frau, die war ganz durcheinander, weil sie sagt, ach, da kam immer der Schütz dazwischen, ich wollte gerne noch ein bisschen nachdenken. Ich sage, aber das geht doch auch in eins, wenn Sie jetzt das gehört haben. Und das baut Sie auf und Sie selber auch erhoben wird, diese Musik so, nicht? Dann sagst du, nee, ich hätte gerne noch ein bisschen nachgedacht. Ich sage, dann geht es in ein Konzert, wo sowas nicht vermischt wird oder kommt es zu einem Vortrag. Aber solche Mischformen sind einfach, wie soll ich sagen, rühren Menschen einfach an. Nicht, dass das nicht, sozusagen, das Politische, das Soziale, das Zwischenmenschliche, dass das rausfällt. Und dann kommt, da ist Kunst und hier ist die Wirklichkeit und hier ist jetzt der Versuch gemacht worden. Hier ist die Kunst, hier ist die Wirklichkeit und die stoßen aufeinander und es fügt sich auch zusammen. So soll es sein. Es ist das, was nicht so leicht ist. Und die Leute haben quasi einen doppelten Wert, den sie mit nach Hause nehmen können. Ja, jedenfalls sind welche dabei, die haben das. Vielen Dank für dieses gemeinsame Erlebnis. Danke schön. Das war es also aus Dresden. Für uns ging es dann Stuntepede weiter nach München, wo wir die Uraufführung von Jörg Wiedmanns Stück, die ich euch ja schon mal angeteasert hatte, vorbereitet haben, zusammen mit dem Münchner Kammerorchester. Da schneide ich euch mal ein paar Bilder rein. Das eine ist eine Gesprächsrunde gewesen zum Stück selber, wo zwei von uns, Daniel und Holger, teilgenommen haben. Dann Clemens Schuld, der das Ganze dirigiert hat. Und natürlich Jörg Wiedmann selber. Und am Ende seht ihr dann einen Ausschnitt aus dem viel zitierten Stück von Jörg Wiedmann. Viel Spaß dabei. Dann kamst du zum gemeinsamen Auftrag, den wir alle so froh sind. Was habt ihr gedacht, was könnte da kommen? Wir haben ja sehr viele Erwartungen, erfüllte Erwartungen, übererfüllte Erwartungen. Ganz ehrlich gesagt, nicht das, was dann kam. Aber auch ehrlich gesagt, hatten wir eigentlich nur die Erwartungen, dass es auf jeden Fall ein tolles Stück wird. Also das war klar, dass das wusste einer, weil er hat ja über Jörg Wiedmann gewusst und deswegen haben wir uns das auch schon ein paar Jahre gewünscht, mit ihm mal zusammenzuarbeiten. Also wenn man in dem Programm, die Amapart wunderbar, dann Jesu Aldo singen kann, würde man denken, nein, das ist eigentlich nicht naheliegend, da denen jetzt eine Tomik aufzudrücken, weil sich das eben genauso berührt. Und singen, das war eher etwas, was, und das ist schon richtig, was du sagst, weil ich einfach da mein Riesenoratorium für Hamburg geschrieben hatte, wo es so um die ersten und letzten Dinge des Lebens ging. Und ich habe ein Klarinettenquintett geschrieben, ein Stück, wo ja die Komponisten der Vergangenheit dann alle gestorben sind, nachdem sie es komponiert haben. Und das ist ein sehr ernstes Stück und ich musste einfach was anderes schreiben. Ich habe jetzt so viele ernste Stücke geschrieben, ich musste, und das gibt es bei mir von Anfang an, wenn ich da leise widersprechen darf, dass ich plötzlich alle Sorgen haben lassen, ob ich das machen darf. Diesen Strang gibt es ganz früh, diesen Strang von Stücken, der Kompon, was ich auch für das in dem Programm auch gestern geschrieben habe, Adaxodium zum Beispiel, wo es auf die Spitze, in der Virtuosität auf die Spitze getrieben wurde, das war immer eines, eine der Sälen, die in meiner Brust geschlagen hat, dass ich hatte immer ein Fäbel für das, ja, das wird dann, wie ich gesagt, das wird manchmal kritisiert, für das Halbzeigen, ja, das ist ja was Herrliches. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Liebe ist ein Autobus, auf dem man landen, warten muss, kommt ihr endlich an der Rest, ist ihr meistens schon besetzt. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal an Jörg und das Münchner Kammerorchester, dass wir das Material verwenden dürfen und es euch zeigen dürfen. Es ist ja quasi nur eine Probenaufnahme gewesen. Es war eine unfassbar stressige, aber gleichzeitig sehr, sehr schöne und sehr eindrucksvolle Zeit, die wir erleben durften in den letzten zwei, drei Wochen. Und wir hoffen natürlich, dass es genauso weitergeht. Wir waren gerade jetzt diese Woche wieder am Proben für das Tanztheaterstück, was wir machen mit Irina Pauls, wovon ihr ja auch schon ein paar Bilder gesehen habt. Und können es gar nicht mehr erwarten, dann nächste Woche endlich die Premiere zu haben und es endlich auf der Bühne zu sehen, endgültig. Und wir hoffen natürlich, dass wir da sehr, sehr viele von euch sehen. Und bis zum nächsten Vlog, sage ich, bleibt musikalisch und bis bald. Ciao!